Hallo und herzlich willkommen, Christoph Pütz hier mit einem neuen Video aus Vista, Kalifornien. So, ich bin diese Woche mal durch die deutschen Medien gegangen und so verschiedene Schlagzeilen und Artikel haben mich echt, sag ich mal, am Kopf kratzen lassen. Also Diskussionen über Steuergerechtigkeit, Vermögensgerechtigkeit, ein Grunderbe und ähnliche Dinge. Also ich habe mich da dann mal reingelesen und dann kam wohl irgendein Politiker auf die Idee, dass jeder 18-Jährige ein Grunderbe bekommen sollte. Und ich sag mal, mir fehlen da echt die Worte. Also ein Grunderbe. Warum stehen einem 18-Jährigen Gelder zu, die vom Staat kommen, die der Staat von vermögenden Mitbürgern abzweigt, um sie zu verteilen? Der Gerechtigkeit wegen ist irgendwie für mich völlig unverständlich. Und es wurden in Bezug auf dieses Grunderbe zum Beispiel 25.000 Euro genannt oder auch 100.000 Euro. Also irgendwo da, sag ich mal, würde ich mir die Haare ausreißen, aber ist schon zu spät dafür. Also der Gedanke eines Grunderbes erinnert mich irgendwie so komplett an den Kommunismus. Und das ist schon nicht mehr Sozialismus. Für mich geht das in Richtung Kommunismus. Dasselbe in Bezug auf die Vermögensgerechtigkeit. Ja, es ist weltweit so, eine kleine Anzahl von Menschen hat die größten Vermögen. In Deutschland sind es, glaube ich, 10 Prozent der Top-Vermögenden in Deutschland, besitzen 61 Prozent des Vermögens in Deutschland. Und gut, für jemanden, der aus armen Verhältnissen kommt, da mag das ungerecht erscheinen. Aber ich sag mal, wo steht denn in der deutschen Verfassung das Recht auf Gerechtigkeit in Bezug darauf? Warum steht jemandem, der nur acht Stunden am Tag arbeitet, ich backe mal nur acht Stunden in Anführungsstriche, mehr Geld zu, als für jemanden, der sein Geld investiert, der vielleicht sein Kapital und auch seine komplette finanzielle Situation riskiert, um ein Geschäft aufzuziehen. Also da steht für mich niemandem das Recht zu, dann hinterher auch an den Gewinnen beteiligt zu werden, die diese andere Person da entsprechend auf sich nimmt. Also dieser Gedanke der Vermögensgerechtigkeit, klar kann man jetzt sagen, gut, da sind Familien, die haben die Hälfte von BMW geerbt, da haben die ja nicht für arbeiten müssen, dann können wir denen doch ruhig was wegnehmen, damit es einfach gerechter ist, damit die nicht einfach so mit dem goldenen Löffel da sitzen und sich zurücklehnen können. Also es ist für mich irgendwie völliger Schwachsinn, dieser Gedanke eines Grunderbes und was da jemandem zusteht. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wenn ein Mensch geboren wird, nehmen wir 10.000 Euro oder 10.000 Dollar und packen die in ein Investmentkonto und legen das in einem DAX-Index-Fund oder einem S&P 500-Index-Fund an und das hilft dann derjenigen Person, die Rente aufzubessern. Dass also hinterher wirklich dann so nach 40 Jahren, 50 Jahren, 60 Jahren, wenn immer man in Rente geht, das Geld sich vervielfacht hat. In der Regel mit normaler Verzinsung zwischen 7 und 9 Prozent verdoppelt sich das Grundkapital etwa alle sieben Jahre und das würde dann Sinn machen. Man gibt jemandem 10.000 Euro bei der Geburt und dann alle sieben Jahre verdoppelt sich das Geld. Also nach sieben Jahren sind es 20.000, nach 14 Jahren sind es etwa 40.000, das ist mehr mit Zinseszinseffekt und so weiter und so fort. Aber man kann das ja entsprechend hochrechnen. Da würde ich dann schon eher sagen, okay, das könnte man mal so aus volkswirtschaftlicher Sicht verfolgen. Da könnte eine Möglichkeit ergeben und das sind auch Diskussionen, die sind auch in den USA unterwegs teilweise. Aber dass einem 18-Jährigen dann 25.000 Euro gegeben werden, damit er oder sie sein Leben starten kann, macht für mich keinen Sinn. Was macht ein 18-Jähriger mit Geld? In der Regel haut man das auf den Kopf. Man geht auf eine Urlaubsreise, man kauft sich ein Auto und da das nicht ausreicht, um sich das Wunschauto zu kaufen, nimmt man dann noch Kredite auf und so weiter und so fort. Also für mich ist das völliger Schwachsinn, dieses Geld einfach so auszuhändigen, wenn man es denn machen würde. Also ist eine Sache. Dann sah ich eine Überschrift in einem Artikel über eine Gewinnsteuer, eine globale Gewinnsteuer von mindestens 15% für globale Unternehmen. Und der Gedanke ist, dass diese globalen Unternehmen, die suchen sich die besten Niederlassungen nach Steuersätzen aus und gehen dann in die Länder, wo weniger Steuern entsprechend anfallen. Und da stehen natürlich dann die Staaten oder die Länder, die sehr hohe Steuersätze haben, entsprechend, ja, da kriegen wir ja gar nichts von. Das ist ja nicht gerecht, dass wir davon keine Steuern kriegen, obwohl man ja von unserem Land aus auf einen Online-Service zum Beispiel zugreifen kann. Also da müssen wir dann eine globale Steuer einführen, dass mindestens 15% entsprechend abgeführt werden. So, dann tauchte da irgendein Mordhorst, das ist der Nachname eines FDP-Politikers oder so, auf, der dann erklärte, dass es darum ging, nicht jetzt hier mehr Geld für den Staat einzunehmen, sondern dass es um Steuergerechtigkeit geht. So, und ich sag mal, ist wieder auch das Wort Gerechtigkeit, also es scheint sehr beliebt zu sein. Warum muss es eine Steuergerechtigkeit geben? Wenn andere Länder es schaffen, mit weniger Steuereinnahmen zu wirtschaften und über die Runden zu kommen, ja, dann die Länder, die es eben nicht schaffen und die sich mehr Steuern entsprechend aufhalsen durch ihre Systeme, da muss keine Gerechtigkeit existieren. Ich sag mal, dann arbeitet mit dem Geld anders und versucht dadurch an entsprechenden Firmen anzulocken, dass die zum Beispiel das Hauptquartier in Berlin, Frankfurt oder sonst wo hinbauen und dann da auch entsprechend versteuert wird. Aber wenn die Steuersätze so hoch sind, dann sehe ich da auch nicht so die Motivation, warum soll ich mich in so ein Land begeben, wo die Steuersätze extrem hoch sind, bloß, dass ich mehr Geld für die Gerechtigkeit entsprechend abführen darf, macht für mich keinen Sinn. Also dieser Gerechtigkeitsgedanke ist für mich einfach wirklich eine Art von Kommunismus und macht mich wirklich, ich sag mal, auf gewisse Weise wütend, weil es ist abschreckend und es hilft eigentlich der ganzen Sache nicht. Es ist eine Umverteilung und Umverteilung ist wieder so ein Wort, was entsprechend viel in der Politik und in den Medien auftaucht. Man muss das umverteilen, der Gerechtigkeit halber. Hier noch so ein paar Gedanken. Wer sich auf ein Leben als Arbeiter oder Angestellter entsprechend einrichtet oder einlässt, da kann man nicht von reich werden oder vermögend werden. So, wer sich auf die Gewerkschaft verlässt, dass eine Lohnerhöhung entsprechend verhandelt wird, da kann man nicht von reich werden. Durch unselbstständige Arbeit ist es sehr, sehr schwierig, es sei denn, man ist wirklich ein sehr spezialisierter Fachmann oder Fachfrau, Experte und kann dann entsprechend mehr Geld verdienen. Man kann zum Beispiel als Arzt im Krankenhaus, als Angestellter ganz gutes Geld verdienen, obwohl da auch das deutsche System wieder nicht so gut, dass man da entsprechend richtig reich werden kann. Das andere ist, wer sein Geld lieber in festverzinsliche Papiere anlegt oder in Sparkassenzertifikate, wo das Geld dann für drei Jahre oder fünf Jahre weggesperrt ist und man nicht dran kann und man kriegt dann vier Prozent vielleicht so auf fünf Jahre, kann man nicht von reich werden. So, unselbstständige Arbeit und Sparen, sein Geld sparen, da wird man nicht von reich. Man muss sein Geld investieren und das kann sein, dass man halt dann entsprechend am Aktienmarkt, und ich will nicht sagen spekulieren soll, sondern investieren oder aber, dass man sich halt entsprechend überlegt, wie kann ich denn durch selbstständige Arbeit Geld verdienen. Und das ist aber so die Sache, wenn man nach acht Stunden nach Hause geht und hat Feierabend, den man dann auf der Couch verbringt, da wird man auch nicht reich. Also man muss dann schon sagen, okay, ich mache jetzt zwei Stunden Pause, mache Zeit mit der Familie, muss aber dann auch ein bisschen Zeit reservieren, um zum Beispiel an einer Nebenbeschäftigung zu arbeiten. Das kann eine eigene Firma sein, die man aufbaut oder ein zweiter Job und das Geld von einem zweiten Job nimmt man dann entsprechend zum Investieren. So, ich weiß, dass es nicht jedem entsprechend so leicht fällt, weil man einfach nicht so viel Geld verdient. Das soll jetzt auch nicht hier der Punkt der Diskussion sein, sondern einfach, wer mit dem Verständnis hantiert, dass man durch unselbstständige Arbeit und einen Acht-Stunden-Tag oder siebenhalb-Stunden-Tag oder was auch immer, sag ich mal, durchs Leben geht, da kann man nicht erwarten, dass man reich wird. Und dann hat man auch keinen Anspruch darauf, dass jemand anders, der entsprechend der Gerechtigkeit wegen sein Geld zur Verfügung stellt. Also das ist die andere Sache. Dann zum Beispiel, gut, man kann durch einen besseren Job, durch einen besseren Beruf mehr Geld verdienen und könnte dann entsprechend investieren und Möglichkeiten finden, Vermögen aufzubauen. So, und ich sag mal, ich habe mich über die ganzen Jahre, die ich hier bin, immer selber fortgebildet. Ich habe nur ganz, ganz wenig bezahlte Kurse von meinem Arbeitgeber entsprechend bekommen. Ich habe mich selber fortgebildet und bin entsprechend auch hierhin so gekommen, durch meine eigene Initiative. So, in Deutschland von einfach hören, sagen, lesen, was man so sieht, sag ich mal entsprechend, Fortbildung, die muss da vom Arbeitgeber bezahlt werden. Dann Fortbildung in meiner Freizeit, nee, das kann ja nicht sein. Das muss doch etwas sein, was gegen meine Arbeitszeit aufgerechnet wird. Ich meine, mein Arbeitgeber, der hat ja dann da auch entsprechend Vorteile von. So, und dieses Gedankengut, sag ich mal, sollte man ändern und einfach sagen, okay, ich muss ja nicht bei dem Arbeitgeber hinterher bleiben. Gut, ich bleibe vielleicht ein Jahr oder zwei, wenn der für den Kurs bezahlt. Aber wenn ich mich selber fortbilde, mein Arbeitgeber hat kein Recht auf mein Wissen, hat kein Recht darauf, dass ich mich fortgebildet habe und jetzt ein besserer Fachmann, Fachfrau, Profi, Experte bin. So, und damit kann man sich dann entsprechend mich in den Arbeitsmarkt begeben, mir einen besseren Job mit einem besseren Gehalt suchen. Also diese gesamte Situation, sag ich mal, in Bezug auf Gerechtigkeit und dass das ja alles einem vom Arbeitgeber und vom Staat und so weiter gegeben werden muss. Ich sag mal, ja, schön und gut. Man hat ein gutes Leben vielleicht, aber man wird nicht reich und man wird nicht vermögend. Und ich will nicht sagen, jetzt hier das Wort reich, es hat immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack in der deutschen Sprache. Also man hat keinen Anspruch darauf, dann entsprechend wohlhabend zu sein wie andere Menschen, die durch harte Arbeit und selbst wenn es von Generationen heruntergereicht wird, entsprechend besser dargestellt sind oder besser dastehen. Und da sollte sich auch die, ich sag mal, die Medienwelt mal wirklich mal ein bisschen genau auf die Finger schauen, aber es macht natürlich eine gute Schlagzeile, wenn man schreibt 100.000 Grunderbe für jeden. Klasse. So, das soll es mal einfach sein, einfach so, da sollte man mal drüber nachdenken. So, das ist es für heute. Schönen Gruß aus Vista, Kalifornien und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video. Schönen Gruß, bis dann, tschüss.